Jesus lag im Grab. Einige Frauen wollten zum Grab. Sie nahmen herrlich duftende Salben mit. Sie wollten Jesus im Grab einsalben. Eigentlich konnten die Frauen nicht zu Jesus in das Grab kommen, weil vor dem Grab ein Stein lag. Der Stein war dick und schwer. Keiner konnte den Stein wegrollen. Aber heute war der dicke, schwere Stein trotzdem weggerollt. Die Frauen schauten in das Grab. Jesus war nicht da. Die Frauen wussten nicht, was passiert war. Da kamen zwei Männer. Die Männer hatten leuchtende Gewänder an. Die Frauen bekamen einen Schreck. Die Männer sagten, warum sucht ihr Jesus hier in dem Grab? In dem Grab liegen nur tote Menschen. Aber Jesus ist lebendig. Er lebt. Er ist auferstanden. Wisst ihr das nicht? Jesus hat doch zu euch gesagt, dass Jesus am Kreuz stirbt und dann wieder aufersteht. Den Frauen fiel es wieder ein, was Jesus gesagt hatte. Sie gingen zu den Freunden von Jesus und erzählten alles, was passiert war. Das war's nicht. Das war's nicht. Untertitelung des ZDF, 2020